Heute möchte ich euch eine Liebesgeschichte erzählen. Diese Geschichte ist übrigens sehr berühmt. Für diejenigen, die tief verliebt sind. Die Geschichte des Taj Mahal ist eine bewegende und romantische Erzählung, die von Liebe, Trauer und dem Streben nach Unsterblichkeit durch ein beeindruckendes Bauwerk geprägt ist. Die Hauptfiguren dieser Geschichte sind der Mogul-Herrscher, Shah Jahan und seine Ehefrau Mumtaz Mahal. Shah Jahan Shah Jahan wurde 1592 als Prinz Koram, geboren und war der fünfte Herrscher, der Mogul-Dynastie in Indien. Er regierte von 1628 bis 1658 und war für seinen Reichtum, seine Liebe zur Kunst und Architektur, sowie seine großzügigen Natur bekannt. Mumtaz Mahal Mumtaz Mahal wurde als Orjomant Banu, Begum geboren und war die Hauptfrau von Shah Jahan. Sie waren seit ihrer Jugend eng miteinander, verbunden und hatten gemeinsam 14 Kinder. Mumtaz Mahal galt als außergewöhnlich, schön und tugendhaft und war, eine wichtige Beraterin ihres Mannes. Die Geschichte des Taj Mahal beginnt, mit dem tragischen Ereignis des Todes von Mumtaz Mahal im Jahr 1631. Sie verstarb bei der Geburt ihres 14. Kindes, und Shah Jahan war tief von Trauer überwältigt. Es wird berichtet, dass Mumtaz Mahal ihm auf dem Sterbebett den Wunsch äußerte, ein Denkmal zu errichten, das ihrer Liebe und Erinnerung gerecht würde. In Erfüllung dieses Wunsches begann, Shah Jahan sofort mit dem Bau des Taj Mahal. Er beauftragte die besten Architekten, Handwerker und Künstler seiner Zeit, um das beeindruckende Mausoleum zu schaffen. Der Bau dauerte mehr als zwei Jahrzehnte und wurde mit bemerkenswerter Präzision und Detailverliebtheit durchgeführt. Das Taj Mahal wurde nicht, nur als Grabstätte für Mumtaz, Mahal errichtet, sondern symbolisiert auch, Shah Jahans tiefe Liebe und Hingabe, zu seiner Frau. Die Architektur und Verzierungen, des Gebäudes sind eine, Hommage adai Schönheit und, Anmut von Mumtaz Mahal, und das Bauwerk selbst wird, oft als das Symbol ewiger Liebe bezeichnet. Nach seiner Fertigstellung, im Jahr 1653 wurde Mumtaz Mahal, im Taj Mahal beigesetzt. Shah Jahan selbst wurde später, in einem ähnlichen Mausoleum neben ihr beigesetzt. Die Geschichte des Taj Mahal ist, eine ergreifende Erinnerung an, die Macht der Liebe und des menschlichen Schaffens. Es ist nicht nur, ein prächtiges Bauwerk, sondern auch ein Denkmal, für die tiefe Bindung zwischen, Shah Jahan und Mumtaz Mahal, die über den Tod hinausreicht, und Generationen von Menschen inspiriert hat. Der Bau des Taj Mahal war, ein monumentales Unterfangen, das die besten Handwerker und Künstler, jener Zeit zusammenbrachte. Über 20.000 Arbeiter aus verschiedenen Teilen, des Mogulreichs waren daran beteiligt. Es wird gesagt, dass die besten Materialien, aus aller Welt verwendet wurden, darunter der Weiß Marmor, aus Makrana in Rajasthan, Edelsteine aus verschiedenen Ländern, und Gold aus verschiedenen Quellen. Eine bekannte Legende besagt, dass Shah Jahan nach, der Fertigstellung des Taj Mahal die Hände seiner, Architekten und Handwerker abschneiden ließ, um sicherzustellen, dass ein derart prachtvolles Gebäude, nie wieder erbaut werden könnte. Diese Geschichte ist jedoch, umstritten und historisch nicht belegt. Die Fertigstellung des Taj Mahal, führte nicht zu einem glücklichen Leben für Shah Jahan. Während er seine Zeit und Ressourcen, in den Bau dieses beeindruckenden, Mausoleums investierte, wurde sein Reich von politischer Unruhe heimgesucht. Schließlich kam sein eigener Sohn, Aurangseb, in einem Machtkampf an die Macht. Aurangseb stürzte, Shah Jahan und sperrte ihn im Agrafort ein, von wo aus Shah Jahan den, Blick auf das Taj Mahal hatte, das er für Mumtaz Mahal errichtet hatte. Shah Jahan verbrachte die letzten, Jahre seines Lebens im Gefängnis, und starb im Jahr 1666. Shah Jahans Tod markierte, das Ende der Mogul-Dynastie, in ihrer Blütezeit, und das Reich begann, allmählich zu schwächeln. Im Laufe der Jahrhunderte wurde, das Taj Mahal von verschiedenen Einflüssen bedroht, darunter Umweltverschmutzung, Umweltveränderungen, und menschliche Aktivitäten. Glücklicherweise wurden, umfangreiche Restaurierungs- und, Erhaltungsarbeiten durchgeführt, um sicherzustellen, dass das erstaunliche Erbe, des Taj Mahal für zukünftige Generationen bewahrt bleibt. Die Geschichte des Taj Mahal ist, eine reiche Erzählung von Liebe, Hingabe, Kunst und Architektur, die die Zeiten überdauert, hat und weiterhin Menschen aus aller, Welt beeindruckt und inspiriert. Es ist ein Meisterwerk, das die Schönheit, und Tiefe menschlicher Gefühle, auf außergewöhnliche Weise einfängt.